Hi, hier ist der Lars und heute schauen wir uns für 1&1 auf CubeTube den 1&1 Mobile WLAN Router genauer an. Es gibt also mal einen ausführlichen Test von diesem WLAN Router. Wofür man den braucht? Naja, viele Laptops haben halt keine SIM-Karte eingebaut und wenn ich dann mobil dann doch irgendwie ins Internet möchte, dann ist so eine Sache natürlich fein. Dann hau ich da einfach eine SIM-Karte rein, kann mit dem Laptop ins Internet und schwupps habe ich da drauf schön die Möglichkeit zu surfen. Und auch eine gute Sache, wenn ich zum Beispiel in der Bahn bin oder unterwegs auf Reisen, dann gibt es häufig die Feststellung, okay, der Smartphone-Akku hält deutlich nicht so lange wie zu Hause im WLAN. Warum? Naja, ein Smartphone unterwegs muss sich in jede Funkzelle immer wieder neu einwählen und immer wieder hin und her suchen. Das braucht relativ viel Energie. Und dann ist es einfach eine gute Überlegung zu sagen, okay, ich nehme so einen mobilen WLAN-Router, packe da eine SIM-Karte rein, verbinde dann das Smartphone mit dem WLAN, dann macht dieser mobile WLAN-Router die Arbeit, immer nach Funkzellen zu suchen und das Smartphone und vor allem dessen Akku wird natürlich geschont. Also insofern, es gibt viele Anwendungsgebiete, es kann wirklich praktisch sein und insofern schauen wir uns das Ding jetzt mal genau an. Also erstmal vom Umfang her ist es halt relativ kompakt, 78 Gramm, wenn es voll geladen ist, also voll geladen im Sinne von Akku mit drin. Ich setze den auch direkt mal ein, man zieht einfach die Rückseite ab und dann könnte man den Akku jetzt einsetzen. Aber vorher will ich noch eine Sache zeigen. Er hat hier nämlich eine Besonderheit. Unter der Haube von dem 1&1 Mobile WLAN-Router, da steckt ein ZDMF65+. Und der hat zusätzlich zu dieser Router-Funktion noch eine andere kleine Funktion. Und zwar seht ihr hier einmal den Einschub für die SIM-Karte. Die können wir jetzt mal einsetzen, das ist eine ganz normale SIM-Karte von der Größe her. Die drückt man dann einfach so rein. Ihr seht das hier, da muss man einfach einmal ein bisschen vorsichtig reindrücken und dann hat man die SIM-Karte sitzen. Aber ihr habt hier links noch einen Einschub und da wird es dann wirklich knifflig. Ihr seht nämlich so ganz fein, hier steht Open und Lock. Und wenn ich jetzt mal das Ganze nach unten drücke, dann kann ich hier das hier, ihr seht es hier, so eine kleine Metallklappe hochklappen. Warum? Ich habe hier die Möglichkeit, eine Micro-SD-Karte reinzulegen, dann die Klappe zuzudrücken, nach oben zu drücken, dann klackt das so ein kleines bisschen und dann habe ich hier auch noch quasi einen USB-Stick. Ihr könnt dann mit dem mitgelieferten USB-Kabel diesen Router an den Computer zum Beispiel anschließen und habt dann den kompletten Speicher dieser Micro-SD zur Verfügung. Finde ich insofern auch ganz spannend, weil man einfach damit mobil ein bisschen mehr Speicher hat. So, und wenn wir das jetzt haben, setzen wir jetzt noch den Akku ein. So, der 1500 mAh ist also relativ stark dafür, dass das Ding hier nicht so viel Power eigentlich braucht und hält damit ordentlich lang durch. Dann setzen wir die Rückseite wieder drauf. Und so wiegt das Ding jetzt. 78 Gramm ist 10,2 Zentimeter lang, 5 Zentimeter breit, ungefähr 1,5 Zentimeter dick. Also wirklich ein kleines Gerät, was in jede Hosentasche passt. Und so kann ich es eigentlich schon nutzen. Ihr seht auf der Front, hier haben wir ein kleines Display, es hat 1,5 Zoll, es ist ein Farbdisplay. Hier haben wir die On-Taste, hier haben wir die WPS-Taste. Die ist nötig, kann man nutzen, um einige Geräte mit dieser WPS-Taste zu verbinden. Das ist eine Möglichkeit für das WLAN. Und ansonsten, seht ihr, haben wir nicht so viel. Wir haben hier noch die kleine Buchse, Micro-USB 2.0, darüber wird das Ding geladen. Und übrigens muss der Akku drin sein, damit man es so betreiben kann. Und dann war es das. So ist es eigentlich aufgebaut. Und wenn ich es jetzt mal anschalte, dann seht ihr, wir haben hier ein Farbdisplay. Dann gibt es erstmal so eine kleine Willkommensnachricht. Willkommen. Und danach gibt es das 1&1-Logo. Ihr seht, wir haben ein Farbdisplay. Die Auflösung ist natürlich jetzt nicht überragend, aber sie reicht dick aus, weil ihr wollt ja darauf ja nicht Spiele spielen oder so. Und wenn das Ding dann mal reingebootet ist, dann baut es gleichzeitig jetzt noch ein WLAN auf. Und ihr könnt euch mit diesem Router verbinden. Dieses WLAN nutzt dann das Internet, was über die SIM-Karte gefunkt wird. Und ihr könnt es dann an die verschiedenen Geräte verteilen. Bis zu 10 Geräte können sich hiermit verbinden, aber ihr seht Pinsperre. Warum das? Naja, wenn ihr jetzt eine SIM-Karte hier reinpackt, dann könnte sich ja jetzt jeder mit dem WLAN verbinden und surfen. Und wenn ihr ein bestimmtes Datenvolumen habt, dann wird das knifflig, weil das Datenvolumen reicht nicht ewig und dann könnte ja jeder darauf zugreifen. Deswegen ist nach einem Neustart des Geräts eine Pinsperre drin und ihr könnt nicht auf das Gerät so zugreifen. Deswegen zeige ich euch jetzt mal, wie ihr das Gerät erstmal entsperrt. Dazu gebt ihr jetzt erstmal, ihr könnt einen Laptop nehmen oder ihr könnt ein Smartphone nehmen. Das ist eigentlich egal. Ich zeige es jetzt erstmal auf dem Smartphone, wie man das macht. Und zwar geht man einfach hin, verbindet sich dann mit diesem WLAN von dem 1&1 Mobile Router. Hier seht ihr das Passwort, das habe ich schon eingegeben, dauert sonst immer ein bisschen länger. Und jetzt ist man hiermit schon verbunden. Und wenn ich jetzt in irgendeinem Browser einfach irgendeine Seite öffne, zum Beispiel einfach mal Google, dann kann der sich natürlich noch nicht verbinden, weil ich bin ja hier, ihr seht es, immer noch gesperrt. Die Pinsperre ist ja drin, aber dann öffnet sich automatisch diese Seite. Ihr könnt ja auch manuell einwählen unter 192.168.01. Das ist die IP-Adresse davon und dann müsst ihr hier eine PIN eingeben. Das machen wir jetzt auch mal schnell, damit ihr seht, wie einfach das geht. So, drei Versuche hat man dafür und dann seht ihr jetzt kein Dienst. Da steht also nicht mehr nur keine Pinsperre, sondern nur noch kein Dienst. Ihr wählt sich jetzt ein, dann lädt die Seite hier links neu. Hier steht Verbinde und jetzt seht ihr oben links schon das 3G-Logo. Hier seht ihr die zwei Pfeile, das mit dem Internet verbunden ist. Hier steht der Provider 1&1. Hier das WLAN mit einem verbundenen Gerät. Hier der Akku und hier welches Datenvolumen ihr bis jetzt verbraucht habt. Das heißt, jetzt seid ihr verbunden und in der Online-Oberfläche, da seht ihr jetzt auch verschiedene Sachen. Zum Beispiel die verbundenen Geräte und auch den aktuellen Verbrauch, wie lange ihr jetzt schon hier verbunden seid, der Upload-Geschwindigkeit und die Download-Geschwindigkeit. Weiter zeige ich euch das jetzt am Laptop, einfach weil es ein bisschen größer ist. Und ich finde es da auch wirklich praktisch, weil mobil hat man so dann einfach noch Internet am Laptop. Und wenn ich hier jetzt einfach mal diese IP-Adresse, die ich gerade gesagt habe, eingebe, 168.0.1, also diese IP-Adresse des Routers, dann lande ich hier wieder in der Web-Oberfläche von dem 1&1 Mobile-WLAN-Router und sehe hier jetzt, welche Geräte verbunden sind. Jetzt zusätzlich noch mit dem Laptop und hier die Geschwindigkeit. Und hier sehe ich auch noch andere Punkte. Ich sehe derzeit die Geschwindigkeit. HSPA Plus ist verbunden. Das ist also nicht LTE, aber bis zu 21 Mbit sind möglich und in meinen Augen reicht das häufig aus. LTE ist hiermit allerdings nicht möglich. Dann sehen wir den Netzbetreiber 1&1. Ihr seht hier die Signalstärke, die gerade der Router für eben das HSPA Plus-Netzwerk hat. Dann seht ihr hier verbunden mit dem Internet. Ihr seht hier, es ist eine gültige SIM-Karte drin. Ihr seht die Anzahl der Nutzer derzeit zwei, nämlich einmal der Router und andererseits auch das Smartphone. Und hier seht oben den Akkustand, 91%. Der hält ordentlich lang durch. Und ihr könnt jetzt hier außerdem auch anschauen, was ihr sonst noch damit machen könnt. Ihr könnt zum Beispiel den Gerätestatus sehen, sodass ihr einstellt, wie groß die WLAN-Leistung sein soll. Wenn ihr das Ding natürlich nur in der Hosentasche mit euch rumtragt, dann braucht ihr keine ganz hohe WLAN-Leistung. Und dann könnt ihr ein bisschen runterstellen, dann hält der Akku auch noch länger durch. Ihr könnt euch die Statistiken angucken, wie viel also darüber gesurft wurde. Ihr seht es, im aktuellen Monat wurden hier 14,03 MB runtergeladen. Ihr könnt vor allen Dingen auch ein Datenlimit einstellen. Das finde ich ganz praktisch. Wenn man nämlich ein Datennutzungslimit hat, ich habe zum Beispiel monatlichen Traffic von etwa einer Stundenbegrenzung oder von zum Beispiel MB, dann kann ich das hier einstellen auf Daten und sagen, okay, maximal 2000 MB im Monat und bei 90% bitte warnen, damit ich einfach sicher bin, dass ich mein Datenlimit nicht so schnell erschöpfe. Ich kann hier außerdem noch SMS und ins Telefonbuch gucken und in den Einstellungen auch andere Sachen einstellen, dass man einfach wirklich komplett sich mobil auf dem Gerät die Netzwerkeinstellung verändert. Wenn ich einen eigenen WLAN-Schlüssel zum Beispiel wählen möchte, kann ich das machen. Ich kann ein eigener APN wählen oder eine Firewall einstellen. Ihr seht, ihr könnt hier sehr viel auch konfigurieren. Ich kann natürlich auch den WLAN-Namen benennen und, und, und. Ihr habt also auch dann im Router selber die Möglichkeit, alles einzustellen. In meinen Augen ist der 1&1 Mobile WLAN-Router eine wirklich feine Sache und Ergänzung, gerade um zum Beispiel den Smartphone-Akku zu schonen oder eben auf dem Laptop auch mobil ins Internet zu kommen. Und eine feine Sache. Ich hoffe, der Testbericht zum 1&1 Mobile WLAN-Router hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen dazu habt, ab damit in die Kommentare. Den Kanal abonnieren immer gerne, Daumen hoch auch. Und ansonsten, ich bin der Lars. Bis zum nächsten Video. Ciao.